Was ist mit dir, du Lamerfurz? Schönes zu singen. Stinkst du einfach? Ja, ich bin. Stinkst du ganz alack? Leise hier! Christian! Wieder am Tag oder was? Alack, nicht lachen! Erst! Jetzt haben wir Mathe! So, ein bisschen hast du gelernt? Kein bisschen. Und was war mit deinen Schülern? Ich hab schon weh gelernt. Mathe Puckberg! Ja, das nächste Woche machen wir die Schularbeit, ja? Minutes! Alter, was mache ich mit dem blöden Mann? Er nervt die ganze Stunde. Wenn nicht mal gelernt ist... Egal. So, Christian. Du sollst mit Zockmann aufhören und lernen, ja? Für die Schularbeit. Ah, interessant. Okay. Okay, wenn du nicht lernst, dann für deine Eltern. Ah, wen juckt's? Okay, Kinder. Unterricht aus. Ihr könnt schon nach Hause gehen. Ja, Christian. Hörst du mir zu? Nee. Schönes Rollen in den noch, Kinder. Ja. Und nervt dich. Gut für die Schularbeit. Wiedersehen. 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 Komm, Playstation. Geh, macht keinen Bock mehr hier. Schönes Wochenende, Christian. Ja, wünsch ich dir nichts. Tschüss. Zitzenします. Finds. Järgerts. Töne. Chiff. Look. Jane. Musik. Järgerts. Musik 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 Entschuldigung, dass ich dich angerannt habe, aber ich hatte Stress mit einem Blödmann, der im Unterricht die ganze Zeit fest ist. Da hätte ich eine Idee, ich checke diese blöde Blei-Session. So, jetzt sollte diese blöde Blei-Session nicht mehr funktionieren. Sehr gut, jetzt können wir endlich normalen Unterricht machen. Also Kinder, morgen ist Mathe-Schule weit. Habt ihr viel gelernt? Ja. Gut so. Herr Bockmer, es passiert nichts! Super, mach ich. Musik 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 Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Meine PlayStation! Nein! Okay, Kinder! Jetzt ist die blöde PS4 abgesoffen. Jetzt können wir normalen Unterricht machen. Hey, Jungs! Laut! Hey, Jungs! Laut! Halt, schock! Leise hier! Christian, wieder ins Otten, oder was? Er ist so fällig. Juckt mich nicht. Nächste Woche Schularbeit und schönes Wochenende. Christian, hast du überhaupt zu? Nee. Oh! 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 Da hätt ich eine Idee. Manu... 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 Ich kann das nicht da sprechen. Da hätt ich eine Idee. Ich schicke diese blöde Playstation. Ich schicke diese. Also, Kinder. Morgen ist Schularbeit. Habt ihr viel gelernt? Ja. Ja. Gut so. Ich kann das mit euch nicht so gut aussehen. Kannst du mal das hier rum zu hesseln? Ja. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los?